Hallo liebe Leserinnen und Leser der Kreiszeitung und liebe Videoguckerinnen und Videogucker der Kreiszeitung und wie auch immer man diese Zeitung noch konsumieren kann. Ich bin Arndt Zeigler, ich bin im Herbst auf Tour unter dem Motto Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs dahin, wo es weh tut. Das ist eine Tour, mit der ich im Herbst in die ganz großen Metropolen komme, München, Leverkusen, Berlin, was nicht alles dabei ist. Aber, und das ist das Schöne, ich bin auch heimatverbunden. Ich wollte eigentlich in Kirchweihe auftreten, da haben wir nichts passendes gefunden, aber ich bin in Sieke, im Sieker Theater am 13. Dezember. Es ist schon, glaube ich, sehr, sehr gut besucht. Ich würde mich aber freuen, wenn es ganz voll wird. Das würde dann wieder sehr für Sieke sprechen und für die Siekerinnen und Sieker. Insofern also Grüße an alle, die das jetzt gucken oder hören oder lesen. Kommt nach Sieke ins Theater am 13.12. Zeigt das wunderbare Welt des Fußballs. Ich bin da und würde mich freuen, wenn es voll wird. Ich gebe mir auch ganz, ganz viel Mühe, weil es halt meine Heimat ist. Bis dann. Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017